Da haben wir Aufhauser, guter Bastian über auf die linke Seite, die jungen Spieler überhaupt sehr couragiert. Noch einmal Aufhauser, Direktabnahme und ein hörliches Tor zum 1 zu 0 in der 37. Minute. Ein ähnliches Tor hat Herbert Weber schon in den Aufbauspielen gegen die russische Mannschaft von Rostov gesehen.